hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen video von uns den modellbahn bros und heute gibt es eine log vorstellung beziehungsweise ein log vorstellungsvideo was natürlich dann im anschluss dann auch wieder einen fahrteil beziehungsweise ein fahrvideo hat wobei ich euch dann schon mal viel spaß dabei wünsche und jetzt aber erstmal ganz kurz zur vorstellung und zwar handelt es sich heute um die taurus log der baureihe 1116 der deutschen bahn mit der aufschrift ein ticket alles fahren es handelt sich hierbei um eine log von hobby train und dieses modell von uns hat einen dcc digital decoder mit eingebaut weil wir unsere anlage auf digital fahren und genau insgesamt hat diese logs auch wieder vier achsen die alle vier angetrieben sind und hat als highlights den rot weiß lichtwechsel der normal natürlich auch standardmäßig ist aber zusätzlich hat es oder hat die log auch noch ein fernlicht was daneben zusätzlich noch mit schaltbar ist und diese log hat in dieser ausführung auch eine führerstand beleuchtung sozusagen gibt es dann hier drei funktionen die extra digital noch schaltbar sind wie gesagt nicht wechseln rot weiß führerstand beleuchtung und fernlicht wie gesagt das modell hier ist im dcc und jetzt wünsche ich euch viel spaß bei dem fahrvideo so 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 so